Videobeweis bei der WM Der ehemalige FIFA-Schiedsrichter Baba Kravati hat den Videobeweis bei der WM heftig kritisiert. Es habe viele Szenen gegeben, bei denen trotz Beweis falsch entschieden wurde. Der frühere FIFA-Schiedsrichter Baba Kravati hält nicht viel von dem eingesetzten Videobeweis bei der WM in Russland. Es gab mittlerweile viele Szenen, bei denen die Schiedsrichter richtig schlecht aussahen. Auch viele, bei denen die Hilfe durch den Videobeweis nicht funktioniert hat, schrieb Kravati in seiner Kolumne für den Sportbazir. Der Videobeweis mache den Fußball kaputt, führte Kravati fort. Positive Emotionen, Ekstase und Leidenschaft, wie sie nur der Fußball liefert, werden uns genommen. Willkür, das ist russisches Roulette. Ein Glücksspiel mit tragischem Ende für ein Team. Baba Kravati als FIFA-Schiedsrichter, der heute 48-Jährige kritisierte den Videobeweis bei der laufenden WM in Russland. Quelle, Miss Schrägstrich Imago Außerdem bedauerte der Ex-Schiedsrichter, dass niemand wisse, wann der Videoassistent eingreife. Die Auslegung sei manchmal sehr großzügig, ein anderes Mal wiederum sehr kleinlich. Der Druck auf die Schiedsrichter ist jetzt schon sehr groß. Dabei ist die WM noch in der Vorrunde. Die Spiele, in denen es um die Voicet geht, kommen erst. Wohin soll das noch führen? Der Weltverband FIFA nutze das Turnier zu Testzwecken und mache es damit zur Theaterbühne, kritisierte der 48-Jährige. Als Beispiele nannte Rafati manche Entscheidungen von Schiedsrichter Enrique Cáceres aus Bereguay bei der vorrunden Partie Iran gegen Portugal. Cristiano Ronaldo bekommt die gelbe Karte nach einem Foul bei der Partie gegen den Iran. Zuvor hatte der Schiedsrichter den Videobeweis in Anspruch genommen. Quelle, Enrique Cáceres-Reuters In dieser fuhr Cristiano Ronaldo seinen Ellbogen aus und berührte das Gesicht von dem iranischen Spielermorte Zapra Ligani. Der Schiedsrichter prüfte die Szene per Videobeweis und zeigte Ronaldo gelb. Die Regel sieht in solchen Fällen jedoch die rote Karte vor. Liebe Leserinnen und Leser, Leider können wir Ihnen nicht zu allen Artikeln einen Kommentarbereich zur Verfügung stellen. Mehr dazu erfahren Sie in der Stellungnahme der Chefredaktion. Eine Übersicht der aktuellen Leser-Debatten finden Sie hier. Gerne können Sie auch auf Facebook und Twitter zu unseren Artikeln diskutieren. Ihr Community Team Einticin